Die Corona-Krise zwingt viele Unternehmen, Stellen einzukürzen. Die Corona-Krise zwingt viele Unternehmen. Die Corona-Krise zwingt viele Unternehmen, ihre Stellen einzubauen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die zu dem nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt werden. Ich denke, das ist echt für uns alle Neuland. Es tut mir wirklich sehr leid. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ich bin wieder bei der Krise. Untertitelung des ZDF, 2020